Einen schönen Guten, meine Guten. Ja, es gibt eine kleine Neuigkeit. Ich habe da vor ein paar Tagen schon was von gelesen, aber ich konnte das nicht einordnen genau. Ja, und ich wollte da keine Fake News verbreiten. Ich dachte, das kommt gestern. Wolltet ihr gleich natürlich ein Video mit hochladen, aber es ist heute gekommen. Und was es genau ist, werden wir natürlich gleich mal reingucken. Und zwar haben wir hier die Goldgräberleiste, sage ich da mal zu, weil es gibt überall nur Münzen. Nur Münzen. Ja, ob ihr es macht oder nicht. Also es gibt eine Deko und da bin ich so ein bisschen scharf drauf. So im Hintergrund hier mit den Kakteen und sowas, das ist gar nicht mal so übelst hier. Mexikanische Leiste. Ja, wir gucken mal genau rein. Also wie viel Geld ihr da kriegt, das ist Level. Unabhängig. Je höher ihr das Level habt, desto mehr Geld bekommt ihr auch. In meinem Fall wäre das bei Level 214 46.000 Dollar. Und hier nochmal dreimal hintereinander 46.000 Dollar. Ja, aber Geld kann ich nicht unbedingt so viel gebrauchen. Dann haben wir hier 93.000 Dollar, dreimal hintereinander. Und dann kommt eine schöne Deko. Hier so zwei Katzen, so Frühlingskatzen. Maikatzen, Maikatzen. Ja. Sind ja immer hoch beliebt. Die Maikatzen. Und ja, schöne Deko. Finde ich gut. Ein bisschen animiert. Ja. Ja, die will ich auf jeden Fall haben. Das Geld ist mir eigentlich gar nicht so wichtig. Also folgedessen ist diese Leiste geht insgesamt fünf Tage. Daher ist mir die nicht so wichtig. So, dann haben wir hier zum Schluss nochmal 140.000 Teile, 180.000 Teile und 230.000 Teile. Wenn jetzt natürlich das einer sieht hier Level 20, dem drehen die Augen oder Level 40. Weil der kann sowas alles richtig gut gebrauchen. Ja, das ist bald eine Million hier für ein neues Gerät. Ja. Wie gesagt, Aufgaben hier oben wieder fertig machen. Löscht nicht zu viel. Bereitet lieber vor. Wenn ihr natürlich bis dahin alles macht. Mir ist das jetzt wirklich ehrlich gesagt nicht so wichtig, die Deko. Bis zur Deko spielen will, da will ich auf jeden Fall hin. So. Äh, ja. Des Weiteren haben wir natürlich. Was haben wir heute? Tagesguck. Was gibt es heute Schönes? Ja. Der Goldrausch. Wie gesagt, hatte ich ja gerade angesprochen. Dann haben wir hier. Oh, Trödelmarkt. Heute ist Trödelmarkt. Jawollo. Äh, die wollen wahrscheinlich noch nichts. Die habe ich noch gar nicht weggeschickt. Aber ich bitte also das ein oder andere auch verkaufen, weil wir brauchen ja Geld. Wenn ihr hier oben seht, ich habe, äh, äh, zwölfeinhalb Millionen und das wird immer mehr. Und ich gebe schon eine Menge eigentlich immer aus und hier mal was und hier mal was kaufen. Äh, ja, aber es läppert sich. Wenn man keine Gerätschaften mehr kauft, äh, läppert sich das alles, weil ich war auch schon bei 30, 30 Millionen oder irgendwas gewesen. Und dann kauft man hier so Goldstatuen oder wie auch immer, nur Just for Fun. Und ein paar Trecker kann man kaufen für eine Million und sowas. Äh, sowas. So, das soll es an Neuigkeiten heute gewesen sein. Ich bedanke mich wieder fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch einen recht schönen Donnerstag. Viel Glück da draußen. Tschüssi, wie immer. Euer Gehörns. Sie sehen uns beim nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020